Die Stimmung kommt eben nicht aus der Steckdose. Aber wir machen schon nochmal zusammen Weihnachten. Ja, Weihnachten können wir doch nicht abschaffen. Ja, klar. Nein, aber man kann es auch mal anders probieren. Ja, der Ablauf muss schon so bleiben. Das ist schon die selbe Reihenfolge, aber einfach mit einem... Ja, das ist schon die selbe Reihenfolge.